Ich denke, die meisten von euch haben schon mal den Begriff Self-Fulfilling Prophecy gehört. Bei der selbsterfüllenden Prophezeiung ist es so, dass man eine Vorhersage für ein bestimmtes Ereignis trifft und das dann tatsächlich auch so passiert. Meistens passiert es dadurch, dass man sich unbewusst so verhält, dass es am Ende quasi begünstigt, dass die Situation eintreten kann. Mit Self-Fulfilling Prophecy ist aber eigentlich nicht so was gemeint wie in 10 Metern finde ich einen 10-Euro-Schein, weil das wäre ja schon krass magisch, sondern eher so was wie, ich stolpere gleich und dann stolpert man, oder? Inwieweit haben unsere Gedanken, also unsere eigenen Prophezeiungen, Einfluss auf die Realität? Und was bedeutet das eigentlich für unsere Kinder? Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut auch super gerne mal bei meinem Insta-Profil vorbei, da kriegt ihr auch noch so ein paar andere Einblicke. Denke nicht an den rosa Elefanten. Und an was denkst du gerade? Diesen Spruch kennt gefühlt jeder, oder? Und ich glaube wirklich alle denken an den rosa Elefanten. Also falls ihr nicht an den rosa Elefanten gedacht habt, schreibt mal gerne in die Kommentare an, was ihr stattdessen gedacht habt. Ich glaube, ihr seid eher ein Einzelfall. Also kurz runtergebrochen, unser Gehirn verarbeitet Verneinungen nicht. Wie auch? Also ich meine, wie sollen wir an die Abwesenheit von etwas denken? Wenn wir hören, denke nicht an den rosa Elefanten, ist unsere Bildverarbeitung im Gehirn einfach ein bisschen schneller als die Wortverarbeitung und kann erst mal nur den rosa Elefanten produzieren, bevor es die Verneinung produzieren könnte und ein Bild von einem Fahrrad zum Beispiel in unserem Kopf entstehen würde. Weil es ist einfach nicht so leicht, an nichts zu denken. Also buddhistische Mönche trainieren das ja jahrelang irgendwie an nichts zu denken. Das ist irgendwie logisch, dass es nicht gerade das Einfachste ist, die Gedanken abzuschalten. Wenn man das jetzt neurobiologisch betrachtet, dann ist es so, unser Gehirn besteht aus zwei Hälften. Wenn jemand zu uns sagt, denk nicht an den rosa Elefanten, verarbeitet die eine Hälfte des Gehirns das auf logischer, sprachlicher Ebene und die andere auf bildlicher. Wir haben die Information also im selben Moment auf sprachlicher Ebene verarbeitet, wie die andere Hirnhälfte eben schon das Bild produziert hat. Deshalb ist es in der Kommunikation mit Kindern, insbesondere aber natürlich auch mit allen anderen Menschen generell, so wichtig, nicht den Misserfolg, sondern eben das Ziel zu formulieren. Wenn ich meinem Kind sage, nicht hinfallen, währenddem es die Treppe runterläuft, dann hat es automatisch das Bild im Kopf, wie es die Treppe runterläuft, was natürlich irgendwie beängstigend ist, das Kind verunsichert, vielleicht auch irgendwie die Aufmerksamkeit so ein bisschen ablenkt und dann ist es wahrscheinlicher, dass das Kind tatsächlich hinfällt. Wenn ich stattdessen sage, gut festhalten, hat das Kind einfach nur im Kopf, wie es sich gut festhält, was dann auch eher zum Erfolg führt, nämlich, dass das Kind nicht hinfällt. Vor allem richtig kleine Kleinkinder, die das Wort nicht, was sehr abstrakt ist, doch überhaupt nicht verstehen können, ist es super wichtig, das Ziel zu formulieren. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Kind irgendwas nicht anfasst, dann sage ich am besten nicht, nicht anfassen, was ja voll oft auch erst die Idee im Kopf meines Kindes hervorruft, sondern biete einfach eine Alternative an, die das Kind anfassen kann. Zum Beispiel, guck mal, das hier kannst du haben. Das heißt, wenn man Kindern zum Beispiel sagt, was sie nicht tun sollen, könnte man das ja auch schon so ein bisschen als eine selbsterfüllende Prophezeiung sehen, weil man dann oft ja auch erst so ein bisschen die Idee in den Kindern weckt, was sie überhaupt alles tun könnten. So weit, so gut. Aber wir sagen unseren Kindern ja nicht nur, was sie tun und lassen sollen. Wir haben ja auch generell Erwartungen auf ihre Persönlichkeit. Wir malen uns vielleicht ihre Zukunft aus und machen uns auch ein Bild von unseren Kindern, was ihre Persönlichkeit angeht. Und Erwartungen sind ja im Grunde genommen auch so etwas wie Vorhersagen. Aber das wäre jetzt ja schon noch ein bisschen Next Level, wenn man mit Erwartungen das Verhalten von Menschen beeinflussen oder vorhersagen könnte. Der Psychologe Bob Rosenthal hat dazu 1963 super spannende Experimente durchgeführt. Für ein Experiment hängte er an zwei Rattenkäfigen zwei verschiedene Schilder auf. Auf dem einen Schild stand, dass die Ratten besonders intelligent und besonders trainiert seien und auf dem anderen Schild stand, dass die dazugehörigen Ratten besonders faul und träge seien. Er beauftragte seine StudentInnen, diese Ratten durch ein Labyrinth laufen zu lassen. Sie sollten einfach nur die Zeit stoppen, bis die Ratten durch sind und das war es eigentlich auch schon. Und interessanterweise haben genau die Ratten, die er einfach nur mit dem Schild klug belabelt hat, obwohl die wirklich einfach nur random ausgewählt waren, besser beim Labyrinth abgeschnitten als die anderen Ratten. Rosenthal war super verwundert darüber, weil die Ratten waren halt wirklich nicht intelligenter als die anderen und das Experiment hat einfach gar keinen Sinn ergeben für ihn. Er hat das tatsächlich auch erst mal nirgends veröffentlicht, weil er es einfach ein bisschen weird fand. Es hat ihn aber nicht losgelassen und irgendwann hat er herausgefunden, woran es lag. Seine StudentInnen haben die Ratten, die als besonders intelligent bezeichnet wurden, ganz anders behandelt als die faulen Ratten. Sie waren viel netter zu ihnen, sie haben sie sanfter angefasst, waren ermutigender und erwartungsvoller und das hat dazu geführt, dass die Ratten dann besser abgeschnitten haben. Und Rosenthal wäre natürlich kein richtiger Psychologe, wenn er das einfach so stehen lassen würde, sondern er ist der ganzen Sache dann nochmal mehr auf den Grund gegangen. Rosenthal stellte dazu eine These auf. Er sagt in einem Interview mit der American Scientist, Wenn ein Schuldirektor einem Lehrer mitteilt, dass jemand wie ein lahmer Schüler wirkt, erfüllt sich diese Erwartung dann von selbst? Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, startete er ein neues Experiment. Diesmal nicht mit Ratten, sondern mit Kindern der Spruce School in San Francisco. Den Lehrkräften wurde zu Beginn des Schuljahres einfach nur mitgeteilt, dass Bob Rosenthal ein renommierter Psychologe sei, der einen ganz coolen, speziellen Test entwickelt hätte, mit dem es möglich wäre, herauszufinden, wie die SchülerInnen im kommenden Schuljahr abschneiden würden. Also welches Potenzial sie hätten und vor allem, welche Schüler das meiste Potenzial hätten. Die Lehrkräfte führten diesen Test mit den Schülern durch, aber anstatt, dass Rosenthal die irgendwie auswertete, hat er einfach nur die Ergebnisse gewürfelt und ließ dann die Ergebnisse bei den Lehrkräften durchsickern. Also es wurde ihnen nicht mitgeteilt, aber man ließ eben so ein bisschen so ein Gefühl aufkommen und das Wichtige ist aber, den Schülern wurde nichts gesagt. So, und jetzt kommt das Krasse, es ist wieder genau dasselbe passiert wie mit den Ratten. Die Kinder, die besonders intelligent gewürfelt wurden, waren am Ende auch intelligenter. Am deutlichsten war das Ergebnis bei den jungen SchülerInnen, die waren zum Ende des Schuljahres um 10 bis 27 IQ-Punkte intelligenter als zu Beginn des Schuljahres. Und die krasseste Entwicklung machten der Jungen mit mexikanischem Aussehen, weil das die Schüler waren, an die die Lehrkräfte die wenigsten Erwartungen hatten. Auch hier, die SchülerInnen wussten gar nichts davon, wie sie gerankt wurden. Die Lehrkräfte haben sie einfach nur ein bisschen anders behandelt, mehr gelobt, waren zuvorkommender, sind dann auch mal sensibler darauf eingegangen, wenn die SchülerInnen eine bestimmte Sache zum Beispiel nicht sofort verstanden haben. Und haben Fragen auch eher als intelligent und weit vorausschauend gewertet, anstatt sie als dumm oder unnötig zu bezeichnen. Und das wiederum hat einfach das Selbstbild der Kinder bestärkt. Ich finde es einfach nur insane und dieser ganze Effekt hat auch einen Namen, nämlich der Effekt, dass positive Erwartungen in das Gegenüber auch zu positiven Ergebnissen führen, nennt sich Pygmalion-Effekt. Und jetzt denkt ihr natürlich, ja, klar, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Nee, der Pygmalion-Effekt wurde tausendmal in verschiedenen Studien immer wieder bewiesen. Schade nur, dass der Pygmalion-Effekt auch einen Bruder hat, nämlich der Golem-Effekt. Der Golem-Effekt ist sowas wie Nocebo, eine dunkle Wolke, die über manchen Menschen schwebt. Menschen, von denen weniger erwartet wird, leisten weniger, sie haben mehr Selbstzweifel und sind demnach auch weniger erfolgreich. Und ein Mitgrund dafür ist die Art und Weise, wie das Umfeld mit ihnen und ihren Fehlern umgeht und welche Erwartungen die Mitmenschen an diese Menschen haben. Der Golem-Effekt ist zum Glück weniger erforscht. Es würde nämlich stark gegen moralische und ethische Werte widersprechen, weil es eigentlich so ziemlich Menschenleben zerstören kann. Aber natürlich hat irgendjemand schon ein Experiment dazu gemacht. In dem Fall der Psychologe Wendell Johnson, der 1939 in Davenport ein Experiment an Waisenkindern dazu durchführte. Natürlich, Waisenkinder, die sind halt nicht so viel wert wie andere Kinder. Und es sind ja auch nur Kinder. Er teilte diese Kinder in zwei Gruppen auf. Der eine Gruppe sagte er, dass sie besonders sprachbegabt seien. Der andere Gruppe sagte er, dass sie nicht sprachbegabt seien, dass sie stottern würden, obwohl es wirklich keinen Unterschied in der Sprachbegabung bei den Kindern gab. Dieses Experiment wird auch The Monster Study genannt und mehrere Kinder litten bis an ihr Lebensende an Sprachstörungen durch dieses Experiment. Ich denke, es wird klar, warum solche Experimente nicht durchgeführt werden. Die sprachunbegabten Kinder wurden in Sprachförderkursen immer wieder für ihre Sprache niedergemacht und es wurde ihnen immer wieder eingeredet, dass sie stottern, bis sie am Ende eben wirklich gestottert haben und das bis an ihr Lebensende. Auch das kann also eine Self-Fulfilling Prophecy sein, wenn wir negative Erwartungen an unsere Kinder haben und vielleicht auch immer wieder ein negatives Bild von unseren Kindern in unseren Köpfen haben. Zum Beispiel unser Kind ist ein Problemkind. Dann sehen wir vielleicht auch immer wieder nur die problematischen Eigenschaften. Und das verändert den Blick, das verändert die Erwartungen unserem Kind gegenüber und das spiegelt sich dann auch in dem Verhalten unserer Kinder nieder. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, ein gesellschaftstauglicher Spruch, nämlich entspannte Eltern, entspanntes Kind. Den hören ja insbesondere Eltern von Schreibabys immer wieder. Ja, dein Kind schreit eben, weil du bist nicht entspannt genug. Boah, ehrlich, ich hasse diesen Spruch so, so, so sehr. Ich finde, der Spruch hat einen wahren Kern, aber nicht so, wie er benutzt wird. Es geht nämlich nicht um den grundlegenden Stress, den Eltern so generell haben. Wenn man ein High-Need-Baby hat, das mehrere Stunden am Stück schreit, dann ist man zwangsläufig irgendwann gestresst, wenn man in dieser Situation ausgeliefert ist, sich hilflos fühlt und auch nichts dagegen tun kann und keine Unterstützung bekommt. Wer wäre dann nicht gestresst? Wer wäre da noch entspannt? Eltern von einem High-Need-Baby waren nicht unentspannt in the first place und haben deshalb jetzt verkackt, weil sie eben so unentspannt sind und deshalb jetzt ihr Kind so gestresst ist. Es ist definitiv andersrum. Ich glaube, der wahre Kern des Spruchs liegt eher in der eigenen Beurteilung bestimmter Situationen. Also wie reagiere ich darauf, dass sich mein Kind bei einem Wutanfall auf den Boden schmeißt? Wenn ich darauf nämlich selbst mit Panik und Stress oder Wut reagiere, hilft es in der Regel nicht sonderlich weiter. Generell, ich möchte jetzt aber nicht irgendeinem Elternteil das Gefühl geben, er oder sie sei daran schuld, dass ihr Baby ein Schreibaby ist oder dass ihr Kind sich im Supermarkt mit einem Wutanfall auf den Boden schmeißt. Das ist definitiv nicht der Fall. Was aber wahr ist, ist, dass wir im Gehirn sogenannte Spiegelneuronen haben. Die Spiegelneuronen sind dafür verantwortlich, die Emotionen des Gegenübers zu lesen, diese einzuordnen und es ist sozusagen so eine Vorstufe zur Empathie. Die Spiegelneuronen von Kleinkindern und Babys sind noch besonders sensibel, insbesondere weil sie eben Sprache noch nicht so gut verarbeiten können. Und es ja auch wichtig ist zum Beispiel, dass sie Gefahrensituationen und Stress bei ihren Eltern entschlüsseln können und dementsprechend dann auch sich verhalten können. Es wäre für ein Kind rein evolutionär gesehen, nämlich komplett sinnlos, entspannt zu sein, während die Spiegelneuronen des Elternteils oder der Bezugsperson Stress feuern. In bestimmten Situationen kann sich das dann aber hochschaukeln. Das Kind empfindet Stress, die Eltern reagieren mit Stress. Die Spiegelneuronen vom Kind bekommen die Information, ach so, meine Eltern sind auch gestresst, dann ist Stress ja gerade genau das Richtige und dann schaukelt sich das immer weiter hoch wie in so einem Teufelskreis. Wenn man also versuchen möchte, das Kind in so einer Situation zu beruhigen, dann ist es einfacher, ehrlich entspannt zu bleiben, was aber nicht jeder immer sein kann. Und wenn man es schafft, ehrlich entspannt und ruhig zu sein mit der Situation, dann kommt das Kind auch leichter runter. Also ja, in dieser Situation hat dieses entspannte Eltern entspanntes Kind einen wahren Kern, nämlich insofern, dass es dem Kind leichter fällt, sich wieder zu beruhigen, wenn die Eltern auch ruhig und entspannt reagieren können, was ja aber auch immer von vielen äußeren Umständen abhängt. Und auch kein Garant dafür ist, dass sich das Kind jetzt super schnell beruhigen lässt. Hängt ja auch immer vom Gemütszustand des Kindes ab. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit einer negativen Erwartung in eine Situation reingeht, dann spiegelt man das eben auch wieder durch Mimik, Gestik und auch durch so eine leichte Veränderung der Stimmlage. Und diese Nuancen nehmen unsere Kinder auf jeden Fall wahr. Wenn ich also schon erwarte, dass mein Kind sich gleich zum Zähneputzen auf den Boden schmeißt und es in einem riesen Drama endet, dann spiegele ich das auch mit meiner Körpersprache wieder, dass ich jetzt schon leicht angespannt und gestresst bin und ein bisschen Angst vor der Situation habe. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass mein Kind allein durch die Information der Spiegelneuronen schon leicht gestresst ist, weil es ja meinen Stress mit wahrnimmt. Gleichzeitig ist es ein Grundbedürfnis von Kindern zu kooperieren. Das bedeutet, das zu tun, was ihre Eltern von ihnen erwarten, soweit sie diese Fähigkeit schon haben. Das heißt, sie wollen sich grundsätzlich auch so verhalten, wie wir das wünschen, wie wir das wollen, weil sie wissen, dass es für sie lebensnotwendig ist, ihren Eltern zu gefallen. Wenn ein Kind also spürt, dass die Eltern Stress, Frust und Wut erwarten, passt es sich unterbewusst dieser Erwartung an. Und wenn wir zusätzlich dann auch noch immer so etwas sagen, wie du bist gemein, du bist egoistisch, immer denkst du nur an dich, du bist zu laut, du kannst keine Konflikte führen oder ich weiß auch nicht, was man noch so zu seinem Kind sagen kann, nimmt es diese Erwartungen in das eigene Selbstbild mit auf und als eigene Charaktereigenschaften an und wird sich auch in Zukunft diesen Erwartungen entsprechend verhalten. Weil, was man nicht vergessen darf, Kinder denken, ihre Eltern wissen alles. Was die Eltern sagen, hat einen krassen, starken Einfluss auf das Selbstbild des Kindes. Und dann verhalten sie sich unterbewusst immer häufiger diesem Bild entsprechend, was die Eltern ihnen aufdrücken, weil es eben anfängt, zu ihrem eigenen Selbstbild zu werden und die einzigen Personen, die sie da auch wieder rausholen können, sind wir als Erwachsene selbst. Je nachdem, wie weit das schon vorangeschritten ist und wie intensiv diese Manipulation stattgefunden hat, Stichwort Golem-Effekt. Also ja, unsere Gedanken haben definitiv Einfluss auf das Verhalten unserer Kinder. Beziehungsweise nicht unsere Gedanken speziell, sondern unsere Erwartungen und auch das Bild, was wir uns von der Persönlichkeit unserer Kinder machen. Mir persönlich hat der Achtsamkeit sehr geholfen für meine eigenen Grenzen und für meine eigenen Emotionen. Und wenn ich merke, dass ich selbst gestresst oder wütend werde, nehme ich mich für einen kurzen Moment aus einer Situation raus. Ihr könnt zum Beispiel einfach nur kurz durchatmen, wem das hilft, oder einfach eure Gedanken ablenken, zum Beispiel von 100 immer 3 abziehen, also 100 minus 3, minus 3, minus 3, einfach nur im Kopf kurz auf andere Gedanken zu kommen. Und das hilft mir dann meistens, einfach gelassener zu reagieren und die Situation so anzunehmen, wie sie eben gerade ist. Generell kann es passieren, dass man als Elternteil so ein bisschen den Blick für das Positive verliert, weil man vielleicht auch so ein bisschen perfektionistischen Anspruch an das Verhalten der Kinder hat und dann irgendwie glaubt, ja, aber da ist ja noch Luft nach oben, wie sich mein Kind verhält. Dann muss man sich einfach wieder darauf fokussieren, wie wundervoll das Kind ist. Und das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr so abends 3 bis 5 Situationen einfach mal aufschreibt, in denen ihr wahnsinnig stolz auf euer Kind gewesen seid oder wo ihr euch bewusst machen könnt, dass euer Kind einfach ein guter und liebenswerter und liebevoller Mensch ist. Aber natürlich generell das Gelassenbleiben und die eigenen Emotionen spüren und Achtsamkeit zeigen und eben nicht immer das Negative zu erwarten. Es ist auch einfach ein Prozess, der viel Zeit braucht und auch viele Ressourcen. Also macht euch dafür nicht fertig. Ihr dürft alle Emotionen spüren. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr transparent seid, dass ihr euren Kindern sagt, ich bin gerade wütend, aber eben bei Ich-Botschaften bleibt und euer Kind nicht dafür verantwortlich macht. Und wenn ihr mal einen Fehler macht, dann könnt ihr euch auch einfach bei eurem Kind entschuldigen. So, das war es dann eigentlich auch von meiner Seite. Kommentiert mal gerne, ob ihr schon den Golem- oder Pygmalion-Effekt an euch selbst oder an euren Mitmenschen irgendwie beobachten konntet und was ihr von diesem ganzen Self-Fulfilling-Prophecy-Thema haltet. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen, vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und schaut auch super gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye!